25, so und so, 25, 25, oh, ne 20, Monster, ähm, ähm, okay, das ist ein Weg hier für mich anscheinend, Ui, na hups, so, ich muss mich jetzt mal kurz umgucken hier, okay, da ist schon mal vorbei, da ist der Kern, was hat das da hinten dazu bedeuten, bestimmt so eine Fliegeviecher oder so, nein, ach ja, ich qualiere da keinen Schaden, hier sind nur bis Welle 10, Ich kann das zubauen, ach, guckt mal da hinten, jetzt ist es die Frage, welchen Weg nehmen wir, nehmen wir den, den einen Weg hier, den hier unten, also wo ich jetzt gerade bin, oder nehmen wir den Weg da oben, Ich guck den Weg hier unten, der ist, glaub ich, ein bisschen besser, warte mal, mach mal da hinten das Loch dazu, weil einfach aus dem Prinzip, da nicht so eine geraden Flächen sein, also da immer dieses Zick-Zack-Kacke-Packe, Was haben wir denn hier, nix für uns, so, jetzt kommen sie mich nur noch von da oben, einerseits eine nette Sache, ne, warte mal, von hier kommen sie nicht irgendwo kommen, ne, gut, dein Baum war erstmal da hinten, erstmal schön zu, Und wir haben nur 15 Türme, die uns zur Verfügung stehen, ich glaub, die Türme waren gar nicht mal so schlecht, Mal gucken, was ich nochmal können, Ich bin schon tot, okay, ach, die Aufladezeit ist aber ziemlich scheiße, Okay, die Türme kann ich nicht dauerhaft bauen, Lass meinen Gern in Ruhe, ihr Schweine, Boah, Die Waffe ist ja mal, was ist denn das für eine Waffe hier, Immer noch, Boah, das geht ja richtig scheiße los hier, Jetzt musst du erstmal atmen, das ist mit Rille-Pupsi-Pups-Rille, ey, Alle machen schön damage, diese Elektro-Türme, aber, Was hab ich scheiße gemacht, warte mal, Mal ein bisschen Schnörkelweg hier, Meine Güte hier, Ja, ich weiß, war mir schon klar, Zack, Man, das haben wir auch schon wieder klar, Jetzt müsste es theoretisch eigentlich besser funktionieren, Also wir machen erstmal die Anfangs-Damage, Von gar nichts, Oh, das ist ja, wenn sie hinten treffen, Ich muss erstmal mit der Waffe hier zurechtfinden, was ist das für ein, Ach, die explodieren später, Aber, wenn die Viecher ranhaften, kann ich es nicht, Das ist schade, Ja, also, Jetzt gehe ich auf dem Pimmel aus, zum ab hier, Junge, Ja, war mir so klar, ja, war mir so klar, So, Mein schönen Turm, den ich haben wollte auch, was wir hinpflanzen, So, jetzt kann ich drei Turm bauen, Also, einen Turm kann ich noch bauen, Obwohl, warte mal, wie mache ich das denn am besten? Das tut, müsste ich dann so, Dann wäre alles schon wieder frei, Wir machen es ein bisschen anders hier, eine Biese, Komm, ist mal weg jetzt hier, Ja, Zicke, So, machen wir es einfach, Hm, nun? This is gonna get him. This is gonna get him. Und, kaboom. Mal schauen, wie ich die noch am besten nutzen kann, irgendwie. Also, die linke Maustaste-Attacke ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber die rechte Maustaste ist irgendwie... Fänger weg. Nice, danke schön, danke, 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 danke schön. Und so weiter und so fort. Warte mal, ich könnte ihn hier reinlocken. Man könnte jetzt hier diese... Warte mal, warte mal. Warte mal. So. Ähm. So, theoretisch. So, theoretisch. Sie nicht geradeaus dazulaufen. Ja, so ist das da schon in Ordnung. Oh, hier geht's ja weiter. Wie machen wir es denn hier? Das ist ja ganz aufregend. Hm. Boah, ich seh mal auf dem Sack hier. Ach, Mann. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die Zeit untergelaufen ist, ob es denn startet oder Game Over ist. Äh... Naja... schön. In den Arsch geschossen muss werden tun. Mann! Die nerven ja hier. Kleine Bengels. Darum liegt ein Stück Gehirn. Und jetzt bist du tot. Erstmal nachladen. Ka-wum. 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 Und? Noch zwei Viecher. Komm schon. Ja. Ja. Immer wenn du diese Waffe nachher kriegst du mal so ein epileptischen irgendwie. Ach. Ach, das trifft die falsche Taste. Aber die andere Waffe hat mir viel besser gefallen. Weiß auch nicht, wieso. Der hat diese Plasma-Suchdinger gehabt. Und hier hast du zwar die linke Maustaste, das ist zwar ganz nett und so, aber... Was kümmern wir uns noch um den hier? Ich weiß nicht, also... Ich muss die Waffe wieder weg sind dann. Ah, du hast sowieso nicht mehr lange zu lachen, ihr Freund. Ah, wieder falsche Taste gedrückt. Oh, Mann. Wum, wum und kawumm, mein Freund. Ja, da liegt noch ein dickes Ei rum. So ist es schön. Noch fünf Wellen haben wir vor uns. Das ist schon mal großartig. So ein paar Türme mehr bauen. Aber langsam wird es voll. An Viecher. Autsch. Oder schränk es nicht mehr da, Mann. Hier lang... Hier lang... Hier lang... Hier langführen könnte ich so tödlich auch, ne? Ja, das ist ja eine richtig gute Idee. So, jetzt müssten sie tödlich den Weg lang gehen. Aber dann werde ich es natürlich noch ein bisschen in der Irre führen. Dann laufen sie hier lang. Und dann... Warte mal. Jetzt kann ich den Weg da zubauen? Hä? Hier kannst du nicht mehr zubauen. Aber hier ist da zu. Also tödlich, dann laufen sie den Weg hier lang. Aber das mache ich einfach. Wird zwar so viel nicht bringen. Wir müssen so versuchen, da vorne irgendwie aufzuhalten. Aber wird schon irgendwie. Ich laufe da schon mal hin. Hallo. Ich will meine andere Waffe wieder haben. Wie ist scheiße. Sieh, der macht voll komischen Damage, ey. Ich weiß, ich schieße jetzt die Dinger hier hin. Zack. Und? Da hat er... Keine... Keine... Keine Range hier, Alter. Das ist ja... Oh je, jetzt hat er überhaupt ein bisschen geträumt hier. Wird's durch? Aua. Ja, okay. Dann geh doch durch. Aua. 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 Was ist denn mit dem los? Der haut ja einmal quer über der Map. Ach du, kleiner... Ja, ich weiß. Das habe ich gut gemacht. Danke. So, da noch ein Türmchen. Da noch ein Türmchen. So, bei den wichtigsten Stellen eigentlich immer an der Ecke. Jetzt habe ich noch zwei Türme, die ich bauen kann. Ho. Rein, 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 rein. Jetzt ist der jetzt genau, jetzt ist da zu. Dann geht's hier rein. Hm, oder irgendwie so, mal gucken. So. Get ready for takeoff. Da bist du, mein Freund. Dich habe ich gesucht. Eigentlich nicht, aber ist egal. Und... Voll in den Arsch. Danke. Nein! Boah, jetzt geht's aber voll hier, ey. Huhi! So fliegt man über die ganze Map. Nice. So, jetzt sind wir bei Welle 7. La 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 Vielen Dank.